Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des DM-Updates hier auf YouTube. Ich melde mich heute aus dem Clubhouse des TV Stammheim, direkt am Stammheimer Volksbank Stadion, wo im nächsten Jahr die Deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer stattfinden wird. Und obwohl unser Stadion schon so langsam in den Winterschlaf gegangen ist und die herbstlich-winterlichen Temperaturen uns gerade eher an Hallenfaustball denken lassen, so geht doch unser Blick jetzt schon auch auf das große Ereignis nächstes Jahr Ende Juli. Denn ab diesem Freitag um 18 Uhr könnt ihr, liebe Faustballfans, eure Tickets kaufen. Der Ticketvorverkauf für die Faustball-DM startet nämlich online auf stammheim24.de. Da findet ihr alle Informationen zu den Tickets, zu den verschiedenen Ticketarten und auch die Links zu unserem Ticketpartner TicketExpress. Denn da könnt ihr euch dann euer Ticket ganz bequem online bestellen und bekommt es dann im Anschluss per E-Mail zugeschickt. Ja, die Tickets gibt es jetzt schon im Verkauf. Aktuell verkaufen wir einen Eventpass. Das ist das Ticket von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag. Also alle Spiele der Faustball-DM sind inklusive. Drei Tage Faustball und den Eventpass gibt es jetzt in der ersten Phase des Vorverkaufs für 30 Euro und entsprechend für Jugendliche für 18 Euro. Und euer Ticket solltet ihr euch jetzt schon sichern, denn es gibt nur begrenzt Plätze. Dazu aber später mehr. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach auf den sozialen Medien oder auch in unserem Newsletter. Den könnt ihr abonnieren unter stammheim24.de. Also nochmal zum Mitschreiben. Ticketvorverkauf ab diesem Freitag 18 Uhr auf stammheim24.de. Und die erste Vorverkaufsphase, die gilt bis zu den Pfister Stuttgart Open 2024. Und die sind vom 19. bis zum 21. April. Das heißt also jetzt die erste Preisstufe von heute bis zum 21. April 2024. So, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Gast, denn bei mir ist der liebe Alwin. Der Alwin ist OK-Chef der Faustball-DM 2024. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dem Alwin mal ein paar Fragen zu stellen. Und Alwin, die erste Frage, ganz wichtig. Was beschäftigt uns gerade? Wie ist der Stand der Planungen? Wo stehen wir überhaupt für die Faustball-DM? Ja, erstmal schön hier zu sein. Freut mich. Ein ganz großes Kompliment auch an dich erstmal. Ich glaube, die Leute da draußen, die unterhältst du ja schon richtig gut so in der letzten Zeit mit YouTube-Kanal und Social Media und alles. Also richtig gut. Ja, wo stehen wir aktuell? Wir sind ja noch relativ weit weg von der DM, aber trotzdem gedanklich schon sehr, sehr nah dran. Also wir sind wirklich in allen Ressorts schon dick in der Planung mit drin. Gerade eben jetzt komme ich von dem Termin mit der Rima, die hoffentlich einer unserer Partner werden für diese Veranstaltung. Und so geht es eigentlich gerade jeden Tag, dass wirklich Termine anstehen. Für mich mit den verschiedenen Ressorts, dementsprechend auch für alle Ressortleiter. Also da sind wirklich ganz viel fleißige Leute schon dran, um die DM dann auch zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ja, vielen Dank. Warum wird denn die Faustball-DM 2024 in Stammheim eine ganz besondere DM und warum machen wir denn schon so Intensivwerbung zum jetzigen Zeitpunkt? Also zum einen hat der TV Stammheim den gewissen Ruf zu verteidigen oder im schlimmsten Fall dann auch zu verlieren oder hoffentlich nicht zu verlieren. Ich glaube, das wissen ganz viele auch da draußen, wenn wir uns in einer Veranstaltung bemühen, seien es die Pfister Stuttgart Open oder eine Deutsche Meisterschaft oder Europameisterschaft 2008, dann probieren wir auch, da das Bestmögliche auszuholen. Also das ist schon mal der Stammheimer Anspruch auf jeden Fall. Und das Zweite, ich habe die letzten vier Weltmeisterschaften und die letzten drei Worldgames in ganz verschiedenen Rollen miterlebt und mitgestaltet und habe da natürlich wahnsinnig viel gesehen, was sehr, sehr gut war. Auch manches gesehen, wo ich vielleicht dachte, da könnte man noch ansetzen. Das war auch so für mich der Antrieb, letztlich dann in die OK-Leitung auch zu gehen. Und ich glaube, mit den vielen guten Leuten, die wir haben, wenn wir die PS alle auf die Straße bringen, dann wird es eine richtig gute Veranstaltung. Und wenn wir jetzt hier mal so auf die Kacke hauen, um es mal ganz umgangssprachlich zu sagen, dann dürfen die Leute natürlich am Ende auch herkommen und sich selbst dann davon überzeugen und uns an diesem Anspruch dann auch messen. Ja, und das hoffen wir natürlich, dass ganz viele Leute zu uns kommen. Und deswegen auch die abschließende Frage an dich, Alwin. Warum sollten die Leute sich denn jetzt schon ab dieser Woche auch ein Ticket kaufen für die V-SB-L-DM? Also die Veranstaltung, die wird es wert, dass man hingeht. Das ist mal klar. Die Deutsche Meisterschaft Feld ist die Top-Veranstaltung national. Da gibt es nichts Besseres. Wir haben die besten sieben Frauenteams Deutschlands und die besten sechs Männerteams Deutschlands da. Das wird sportlich einwandfrei. Das ist schon mal klar. So, dann planen wir natürlich ein Stadion aufzubauen, der Spitzenklasse. Wir denken an Dinge wie LED-Banden, wie Video-Wall, professionellste Präsentation in jeglicher Hinsicht. Auch drumherum wird viel geboten sein mit Mitmachangeboten für die Kinder, mit einem tollen Bewirtungsbereich, mit Showbühne, mit Live-Bands, mit Programm eigentlich Tag und Nacht, so kann man sagen. Und das sollte sich keiner entgehen lassen. So, und da wir im Stadion eine Kapazität haben werden von, na, das wird sich noch genau zeigen, ich sage mal rund 1.500 bis maximal 2.000 Menschen, gehe ich fest davon aus, das Ding wird ausverkauft. Und dann kann es natürlich auch sein, wir kennen das auch von früheren deutschen Meisterschaften, gerade in der Halle, die in kleineren Hallen stattgefunden haben, dass dann eben an der Tageskasse irgendwann mal geschlossen wird. Und ich glaube, den Moment möchte eigentlich möglichst jeder vermeiden. Also wenn ihr heute schon wisst, dass ihr ohnehin kommt, holt euch am besten jetzt gleich ein Ticket, dann seid ihr nämlich auf der sicheren Seite und wir werden es das schon wert machen für euch, versprochen. Ja, super. Das sind doch gute Aussichten. Und jetzt zum Abschluss haben wir noch eine Frage aus der Community, die wurde mir nämlich noch über Instagram zugespielt und das war die Frage, gibt es denn einen Rabatt für Kinder? Und da weißt du auch bestimmt was. Also definitiv. Wir stehen hier nicht nur für eine Top-Veranstaltung, sondern wir stehen natürlich auch als Verein mit selbst sehr viel Jugendarbeit für die absolute Jugendförderung. Wir wollen jedem Faustballer und ganz speziell den Kleinen hier eine tolle Veranstaltung bieten und wir sind froh, wenn hier möglichst viele Stars von morgen sich dann die Stars von heute anschauen und dementsprechend alle Kinder bis 13 Jahre haben hier freien Eintritt bei uns und alle Jugendlichen von 14 bis 17 ermäßigte Tickets und da hoffen wir, dass richtig, richtig viele kommen, die Lust am Faustball noch mehr gewinnen, wie sie schon haben oder vielleicht herausfinden, was Faustball für eine tolle Sportart ist. Also Kinder und Jugendliche, da wird definitiv hier was geboten und finanziell wollen wir es natürlich denen sehr einfach machen, das dann auch richtig zu genießen. Perfekt. Alwin, ich sage vielen Dank. Schon mal stellvertretend an dieser Stelle und ihr liebe Fans da draußen können natürlich weiter Fragen stellen und gerne auch unseren Newsletter abonnieren, denn die Faustball-DM 2024, Ende Juli nächstes Jahr, die wirft ihren Schatten voraus und diese Woche geht es los mit dem Ticket-Vorverkauf Freitag 18 Uhr. Seid dabei, verpasst es nicht. Tickets ab Freitag 18 Uhr für die Faustball-DM. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Psst, eine kleine Info noch. Die ersten Besteller eines Event-Passes können sich über eine kleine Überraschung freuen. Wer also unser Video bis hierhin geschaut hat, der sollte sich Freitag 18 Uhr im Kalender anstreichen. Seid dabei, denn die ersten zwölf Ticket-Käufer für die Faustball-DM bekommen eine kleine Überraschung und das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen seid dabei, Freitag 18 Uhr auf stammheim24.de.